Messerangriff in Solingen verletzte Außerlebensgefahr, der Anschlag ereignete sich in einem Einkaufszentrum in Solingen, bei dem der Täter wahllos auf Passanten einstach. Die Polizei konnte den Täter schnell festnehmen und er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, aber es wird vermutet, dass der Täter psychische Probleme hatte. Die Opfer wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht und medizinisch versorgt. Glücklicherweise sind die meisten Opfer inzwischen außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung. Dennoch wird es für sie ein langer Weg der Genesung sein, sowohl körperlich als auch seelisch. Die Stadt Solingen und die betroffenen Familien sind tief erschüttert über den Anschlag und stehen in enger Solidarität zusammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Es wird alles daran gesetzt, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und weitere Anschläge zu verhindern.